Ähm, ja, aber bei mir hört man jetzt gleich Extreme, weil, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, wie ich das rausstellen kann. Hey Leute und willkommen zu Heimat und vollgeschlagt in Freezer mit dem KNGP. Hallo. Ich bin gerade irgendwie ein bisschen gefällt, ey. Ja, gut, ich würde sagen, wir starten direkt, wir spielen wieder natürlich auf dem Clay-Server, auf der Arena Hell-DM oder so heißt die, glaube ich. Und, let's go. Heute habe ich eigentlich kein richtiges Thema dabei, einfach nur mal zocken. Okay, GG. Gut, die erste Runde geht an mich. Wir spielen, wie gesagt, habe ich ja schon in den letzten Folgen gesagt, immer, wer als Erster sozusagen zwei Runden gewinnt. Beziehungsweise zwei, ja, der zwei Runden gewinnt. Und, ja, let's go. Ach stimmt, ich habe vergessen, dass hier ein Bogen drin ist. Meine Skills, ne? Ne, 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 ne. Ich versuche immer mehr, momentan mit der Rod zu spielen, aber ich muss damit noch üben. Okay, mein Ping läuft aber auch gerade, muss ich es zugeben. Okay. Ja, die Schlagten-Füße-Folgen werden ja immer ein bisschen kürzer, aber es ist auch mal ganz entspannt, zweimal die Woche so ein kurzes Video hochzuladen. Geht dann immer relativ schnell. Aber wie ich dieses Maus-Klicken und Tastatur-Dings da rausstellen kann, weiß ich immer noch nicht. Echt schlimm. Naja, ich brauche eine laute Maus. Oh, jetzt spüre mein Skills. Oh, 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 es wird knapp. Ja, du hast gewonnen. Tschüssi. Ich sag doch, spüre mein Skills. Ach ja, wundert euch übrigens nicht, warum bei der Lemmy-Mod gerade beim TS ein anderer Raum steht. Das liegt einfach daran, dass ich gerade auf dem Clay's TS in dem AFK-Raum bin. Schon seit, keine Ahnung, mehreren Stunden. Also da nicht wundern. So. Hier sind immer noch diese Kisten, als ob hier irgendwie so wirklich die Arena wäre. So, aber die Deathmatch-Arena kenne ich auch nicht. Ich weiß nicht, ob die exklusiv hierfür gebaut wurde oder ob es die auf dem Server schon gab. Ja. Ich kenne mich aber auch nicht mit Hive aus, muss ich zugeben. Von daher. Ja, tut mir leid, wenn Mausklicken von mir kommt. Ich habe noch nicht die richtigen Einstellungen. Ja, GG, auf jeden Fall. Ähm, ja, aber bei mir hört man jetzt gleich Extreme, weil, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, wie ich das rausstellen kann. Ja, bei mir ist auch das Problem, das Mikro ist halt unmittelbar in der Nähe von meiner Maus in allem. Ja, das ist bei mir auch das Problem, leider. Naja, gut, wir sehen uns in der nächsten Runde wieder, bis gleich. Also sind wir jetzt in der nächsten Runde. Oh, diesmal auf DustMC, also auf der DustMC Deathmatch-Arena. Bin ich auf jeden Fall gespannt. Die ist auch nicht schlecht. So. Ich treffe gerade nichts mit der Rot. Geht schon los? Ja, ja. So, jetzt nochmal, spül meinen Skill, vielleicht bringt es was. Ja, diesmal wirst du gewinnen gerade. Glaub nicht. Doch, ich bin so low. Guck mal mich an. Okay, da habe ich noch gewonnen. Ja. Ich bin halt der lowste. Jetzt übertreibst. Ich habe auch einen besseren Ping, muss ich sagen. Zumindest laut Lemmy-Mod. Mein Ping ist auch immer so eine Sache. Okay, komm. Puh, GG. Okay, das wird auf jeden Fall nice. So, auf jeden Fall, ich kann ja nochmal so sagen, du kennst mich glaube ich durch Tuerion, oder? Ja, genau. Ja, das kann ich ja nochmal so ansprechen. Wir sind so, also er ist ein Zuschauer von mir und wir sind ab und zu in der Lobby auf Tuerion. Also, da sieht er mich immer, deswegen kenne ich ihn auch von Namen. Deswegen habe ich ihn auch erstmal direkt ausgewählt. Die unbekanntesten Zuschauer sozusagen, die ich gar nicht vom Namen kenne, die kommen halt sozusagen zum Schluss. Ähm, erstmal so die bekanntesten an der Reihe, dass die erstmal auf jeden Fall in einer Aufnahme von mir dabei sein können. Könnt euch natürlich wieder gerne in den Kommentaren bewerben. Okay. Und dann wähle ich euch auf jeden Fall aus, aber bitte wie gesagt nur in den Schlag den Freezer folgen. Okay, GG, da habe ich gewonnen. GG, kann GG. Gut, äh, ich weiß gar nicht wie viele Punkte viel sind. Ich spiele das, äh, ich spiele 1, 2, das ist 1 eigentlich nur für die Aufnahmen, sonst spiele ich immer UHC Games privat. Gut, Leute, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Ähm, du hast auch einen Kanal, oder? Ja, kann mir pay auf YouTube. Ja, dann verlinke ich dich auf jeden Fall, dann schaut auf jeden Fall auch bei ihm vorbei. Das war's von diesem Video, Leute. Haut rein und ciao. Das war's von der Division ist geil. Genau. Untertitelung des ZDF, 2020